Hallo, mein Name ist Anna Illenberger und ich bin Moderatorin und Sprecherin. Ich bin im November 1993 in Oberösterreich geboren und aufgewachsen, lebe aber mittlerweile seit 2012 in Wien. Dort habe ich auch das Bachelorstudium Publizistik und Kommunikationswissenschaften abgeschlossen und eine Sprecherausbildung an der Schule des Sprechens mit Auszeichnung absolviert. Durch meine jahrelange Erfahrung als Showtänzerin und Model dürfte ich schon auf internationalen großen Bühnen stehen. Falls Sie also gerade auf der Suche sind nach einer Moderatorin oder Sprecherin, dann freue ich mich auf Ihre Anfrage.